Oh nein, ich würde sie nie wieder sehen. Ein Traum aus mir, den Traum zerstört, ein Traum der bitteren Wirklichkeit, den Traum der Fantasie. Die Toten, wie kann solche Träume, wenn wir so viel mit uns in ihnen leben? Wie weit soll unsere Träume gehen? Ich weiß, was sie jetzt vor uns antwortet. 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 Ich weiß, was sie jetzt vor uns antwortet.